Meine Damen und Herren, wir nähern uns also, wie angekündigt, der Frage selbst, was ist Wissenschaft und werden mal sehen, was hier zu tun ist. Der Ausgangspunkt, den ich Ihnen jetzt schon entwickelt hatte, ist also der, dass das Methodenverständnis von Wissenschaften nicht mehr trägt, aufgrund dieser Untersuchungen, wie Sie sie seit den 1960er Jahren, ich Ihnen ganz kurz summarisch vorgestellt habe, das trägt nicht mehr und damit steht der Sonderstatus des wissenschaftlichen Wissens zur Disposition. Die Frage, was Wissenschaft ist, interessiert natürlich nur vor dem Hintergrund, dass man eventuell annimmt oder mit dem Gedanken spielt, dass wissenschaftliches Wissen oder Wissenschaft tatsächlich in irgendeiner Weise was Besonderes ist. Oder wenn es einfach irgendwas ist, wovon es 800 andere Sorten auch gibt, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, sondern die Frage bezieht sich natürlich darauf, ist das hier in irgendeiner Weise ein kulturelles Sonderphänomen, mit dem wir es zu tun haben. Wenn Sie sozusagen einen unbefangenen Blick darauf werfen, auf unsere Gegenwart, sowohl national als auch global, dann scheint es mir relativ offensichtlich zu sein, dass der, der Hauptfaktor der modernen Welt, also in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal 200 Jahren, der einzig, also wirklich herauszuhebende Faktor, wirklich die Wissenschaft ist. Weil sie die übrigen Dinge, die wir uns bewegen, also Globalisierung und, 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 alles letzten Endes Folgeerscheinungen sind von dem, was die wissenschaftliche und seit 150 Jahren auch die technische Entwicklung gebracht hat. Seit 150 Jahren ist es erst so, dass die Technikentwicklung sich angekoppelt hat an die Wissenschaftsentwicklung, das ist in den 250 Jahren der Neuzeit nicht der Fall, da waren die Techniktraditionen separat. Heute ist es natürlich überwältigend so, dass also der Faktor, der die moderne Welt, wirklich bis in den letzten Winkel der Erde einfach prägt und wenn es nur da ist, dass das CO2 einfach global zunimmt. Aber was wirklich uns in alle und die Information, alles hängt natürlich ab letzten Endes von diesem wissenschaftlich-technischen System. Wenn wir die heutige Welt verstehen wollen, müssen wir die Wissenschaft verstehen. Das führt überhaupt keinen Weg daran vorbei. Also auch die selbstverständlichen, die ökonomischen Dinge sind natürlich ihrerseits wieder vermittelt dann über Dinge von der Wissenschaft. Die organisatorischen Fragen, alles, was in der Welt dort passiert, ist ganz wesentlich beeinflusst von der Wissenschaft. Selbstverständlich auch von anderen Faktoren wie Religion und Ähnliches, aber die Wissenschaft ist hier sozusagen der Faktor, der global, glaube ich, als der wichtigste ist. Aber da auch drüber kann man reden, auf jeden Fall ist es ja hinreichend wichtig, dass es sich lohnt, mal draufzuschauen. So, wir müssen jetzt erst die Frage klären, also die ich dann ja beantworten möchte, was ist eigentlich gemeint, wenn ich die Frage stelle, was ist Wissenschaft? Und dazu braucht es in mehreren Aspekten Klärungen, die ich jetzt angebe. Und das Erste ist, in welcher Breite ist eigentlich das Wort Wissenschaft hier verwendet, wenn ich danach frage, was ist Wissenschaft? Und die Antwort hierauf ist, dass ich das in einer, geradezu in einem fast suizidal anmutenden Anspruch an die disziplinäre Breite machen werde, nämlich alles. Also von der Theologie bis zur Mathematik und Elementarteilchenphysik und Germanistik und Ethnologie, Informatik, alles. Also alles, was Sie an so einer Volluniversität finden, an dem, was da irgendwie daherkommt als Wissenschaften, soll hier subsummiert sein, also in der größtmöglichen disziplinären Breite. Wie gesagt, ich sage es vielleicht schockierend für manche, selbst die Theologie wird an Hochschulen gelehrt, sollte auch irgendwie Wissenschaft sein. Wir werden mal sehen, ob sie das ist vielleicht. Also das ist jedenfalls auch dabei und die normalen Wissenschaften sowieso, aber auch die Pflegewissenschaft und die Hals-Nase-Ohren-Medizin und die verschiedenen Teile der Soziologie und die Geschichte und es ist halt einfach alles dabei. Und die Mathematik auch. Also das ist ein relativ ehrgeiziges Unternehmen, wenn das dabei sein, aber so ist das Unternehmen nun mal. So das ist also der erste Punkt, ist sozusagen die disziplinäre Extension, die disziplinäre Breite in der größtmöglichen Breite. Das macht nebenbei bemerkt Ärger natürlich in anderen Sprachen, weil das nur im Deutschen wirklich so geht. Es geht im Englischen zunächst mal so, dass sie also bei Science sind nur die Naturwissenschaften, sie müssen dann Social Sciences dazu sagen, dass die sozialen Wissenschaften dabei sind. Im Französischen sind die Humanwissenschaften auch dabei, Science Humaine, aber sie müssen das Humaine dazu sagen, sonst in der Académie des Sciences sind die natürlich, da weiß ich nicht, ob die dabei sind, die Science Humaine, ich denke vor allen Dingen in Naturwissenschaften. Also im Spanischen ist ebenfalls so, wie im Deutschen haben wir das Wort Wissenschaft. Das kommt mir sozusagen hier zu Pass. Gemeint ist also in der größtmöglichen Breite, so wie es abgedeckt ist vom deutschen Wort Wissenschaft. Dann der zweite Aspekt ist, Wissenschaft ist ja ein, die Wissenschaft ist ja ein hochkomplexes, vielschichtiges, riesiges Gebilde. Und das hat vor allen Dingen mehrere, wie soll ich sagen, Schichten oder Dimensionen. Und ich greife hier hauptsächlich die Dimension des Wissens heraus. Also ich betrachte das Wissenschaftssystem, das ist sozusagen relativ trivial, das ist ein System, das jedenfalls irgendwelche Wissensansprüche produziert. Das hat aber natürlich noch sozusagen eine Infrastruktur, zum Beispiel ein Sozialsystem. Die Wissenschaftssoziologie, die es in Größenordnung seit 80, 90 Jahren gibt, die Wissenschaftssoziologie, die untersucht das Sozialsystem der Wissenschaft. Also Sie können als Soziologin natürlich verschiedene Dinge untersuchen, auf Ihre Sozialstruktur hin. Sie können schauen, was ist die Sozialstruktur des Autoverkäufermarkts in Deutschland, was ist die Sozialstruktur von irgendwelchen Unternehmen, was ist die Sozialstruktur von irgendwelchen Regierungsorganisationen. Und Sie können auch fragen, was ist die Sozialstruktur der Wissenschaft. Also wodurch zeichnet die sich aus? Das ist eine hochinteressante Fragestellung. Das ist ja ein sehr komplexes System. Wir reden weltweit über Größenordnung mindestens 10 Millionen Leute. Und da gibt es also interessante Hierarchien und Belohnungssysteme und Bestrafungssysteme, Sanktionen. Es gibt hochinteressante Sachen dort, die von der Wissenschaftssoziologie untersucht werden. Das ist aber nicht mein hauptsächlicher Fokus, sondern mein hauptsächlicher Fokus ist das Wissen. Und ebenso natürlich das, was ich vorhin angedeutet habe, die Frage nach den Beziehungen von Wissenschaft und Gesellschaft. Das wird heutzutage hauptsächlich auch in der Soziologie untersucht, aber selbstverständlich auch von Politologen, ebenfalls von Wissenschaft und Gesellschaft, nicht von Psychologen, sondern von Ökonomen. Also es gibt auch eine Wissenschaftsökonomie, in Deutschland relativ schlecht ausgebildet, in Frankreich viel besser. Wissenschaft und Soziologie gibt es auch in Deutschland eine sehr gute, aber in Amerika eine viel stärkere und Ähnliches. Also es gibt viele Dinge noch, man kann sich zum Beispiel auch fragen, Wissenschaft und Militär, natürlich auch eine hochinteressante, hochbrisante Frage, immer wieder immer wichtig ist. Sie wissen, die Initiativen, die jetzt gerade sind, Hochschulen, die sich weigern sollen, 20 deutsche Hochschulen haben anscheinend schon unterschrieben, dass sie keine Forschung im Dienste jetzt des Verteidigungsministeriums, um es mal ganz neutral zu sagen, machen. Also da sind ein Haufen Fragen, die man stellen kann. Das liegt eben daran, dass es so ein riesiges und die Gesellschaft wirklich tief in viele, viele Bereiche durchdringendes Phänomen ist, das der Wissenschaft, dass man so viele Fragen stellen kann. Und die Frage, was ist wissenschaftlich sozusagen offen dafür, was jetzt da genau gemeint ist, also sozusagen den Fokus. Und ich sage hier, mein Fokus ist primär das wissenschaftliche Wissen, also sozusagen traditionell, ich bin halt Philosoph und kann nicht aus meiner Haut raus. Und die Philosophen interessieren sich halt für das, was mit dem Wissen ist. Ja, also immerhin, es gibt die eine Dimension, die werden Sie dann sehen, wo ich mich auch auf die soziale Dimension von Wissenschaft bewege oder einlasse, weil das eine sehr passende Ergänzung ist für diesen Fokus. Aber eben hauptsächlich beziehe ich mich auf das wissenschaftliche Wissen. Dann kommt ein Schritt, den ich auch schon angedeutet habe und der sehr, sehr wichtig ist, der also sich sozusagen, die Betonung dieses Schrittes richtet sich vor allen Dingen an Leute, die also stärker mit der wissenschaftsphilosophischen Tradition des 20. Jahrhunderts vertraut sind. Dort wurde die Frage, was ist Wissenschaft, auch gestellt, besonders eindringlich von dem Philosophen Karl Popper, auf den ich selbstverständlich auch noch zu sprechen komme. und der hat eine Tradition gesetzt in seinem Buch von 1933, die Logik der Forschung, hat es auch schon in Vorfassungen gemacht, wo er gesagt hat, ich stelle diese Frage zugespitzt auf den Kontrast, was ist denn Wissenschaft? Wenn ich sage, was ist Wissenschaft, denke ich immer mit, im Unterschied zu Pseudowissenschaft und zu Metaphysik. Also im Unterschied Metaphysik, da müssen Sie gar nicht wissen, was das ist, ist es jedenfalls, was nicht so gut ist wie Wissenschaft, und irgendwie ganz unsicher und so. Und die Frage war einfach, was unterscheidet denn einfach diese Besonderheit der Wissenschaft von der Pseudowissenschaft? Da hat er bestimmte Feindbilder, die freudsche Psychoanalyse war für ihn eine Pseudowissenschaft, die adlersche Individualpsychologie und die marxische Geschichtstheorie. Das sind für ihn Pseudowissenschaften, es funktionieren einfach nicht, was die machen. Und das Gute ist eben die Wissenschaft. Und er stellt die Frage, wenn er sagt, was ist Wissenschaft, immer mit dem Kontrast im Hintergrund und nicht Pseudowissenschaft oder Metaphysik. Was Sie, diese Überlegung, worauf Sie aufmerksam machen können, ist, dass wir vielfach solche Fragen, was ist denn das X, stellen und im Hinterkopf einen bestimmten Kontrast haben, der uns dann vielfach gar nicht bewusst ist. Der leitet uns aber in den Antworten. Und hier ist es so, dass ich versuche, jetzt diesen Kontrast explizit zu machen und sage, wenn ich die Frage stelle in diesem Projekt, was ist Wissenschaft, dann habe ich immer den Kontrast im Unterschied zum Alltagswissen vor allen Dingen. Das ist mein Kontrast. Also meine Frage lautet immer, was ist der Unterschied von Wissenschaft zum Alltagswissen oder auch zu dem sogenannten traditionellen Wissen anderer Kulturen? Also dort gibt es verschiedene, es gibt relativ viel dort an Untersuchungen von den Ethnologen zu dem Traditional Knowledge oder Indigenous Knowledge wird es auch genannt, was das Wissen ist mit dem, also Kulturen, die fernab der westlichen Kultur, auch keine Hochkulturen typischerweise, also die finden Sie dann in Indonesien und in Afrika, Kulturen, die jahrtausendelang überlebt haben, in Südamerika natürlich, die jahrtausende überlebt haben, die großes Wissen haben, insbesondere ökologischer Art, meteorologischer Art, über Pflanzen, also afrikanische Stämme, haben unglaubliches Wissen zusammengetragen, über Heilpflanzen, was alles aber kein wissenschaftliches Wissen ist, das ist eben das sogenannte Traditional Knowledge oder Indigenous Knowledge, wie es genannt wird und die Frage ist, ja wie unterscheidet sich denn dieses, für diese Kulturen wichtige Wissen, wie unterscheidet sich das von diesem westlichen, den westlichen Kulturen charakteristischen, wissenschaftlichen Wissens? Das ist eine Frage, die übrigens mittlerweile auch auf großer internationaler Ebene ein Thema ist oder war, es gab 1999 eine Weltkonferenz der Wissenschaften und dort wurde diese Frage des Verhältnisses dann von wissenschaftlichem Wissen, Pseudowissenschaft und traditionellem Wissen, wurde dort diskutiert, mit einer ganz bemerkenswerten Offenheit dieser Konferenz, das war die Weltkonferenz, die wurde organisiert von der UNESCO und einer anderen Organisation, mit einer ganz bemerkenswerten Offenheit zu diesem traditionellen Wissen, weil natürlich bei einer Weltkonferenz waren 160 Länder vertreten, an der Konferenz man diese Offenheit natürlich besser auch zeigt, aber ich war sehr beeindruckt, wie offen man dort war und sozusagen das Eigenrecht dieses traditionellen Wissens anerkannt hat. Was davor nicht der Fall war, zum Teil sind die Pharmaunternehmen in den 70er und 80er Jahren dann in die Länder reingereist, haben sich die Heilpflanzen erklären lassen, haben dann die pharmakologisch relevanten Stoffe draus gewonnen, Pillen draus gemacht und dann weiter wieder zurückverkauft nach Afrika und das ist natürlich etwas fragwürdig eventuell. Aber wir machen hier keine Ethikvorlesung, sondern das ist nur ein Faktum, dass dieses Verhältnis also zu dem Traditional Knowledge ist durchaus nicht ganz einfach. Das scheint sich jetzt jedenfalls auf der Ebene von UNESCO auf eine Weise stabilisiert zu haben, die ganz interessant ist. Also hier geht es darum, nicht mit primär zu dem Kontrast zur Pseudowissenschaft und jetzt sehen Sie vielleicht an diesem Punkt bereits, was ich Ihnen sagte, dass in diesem Aufbau das Demarkationsproblem, also das ist die Demarkation von Wissenschaft, von Pseudowissenschaft, erst ganz am Schluss kommt. Das ist nicht so, ich beginne nicht mit der Frage, was ist die Wissenschaft im Unterschied zu Pseudowissenschaft, sondern ich stelle erst die Frage, was ist die Wissenschaft im Unterschied zum Alltagswissen und erst wenn das alles entwickelt ist und man dann ein Riesen, sozusagen durch ein ganzes Buch durch ist, dann kann man am Schluss fragen, wie sieht denn dann das Demarkationsproblem aus, gibt es dafür eine Antwort auf der Basis, was hier entwickelt worden ist. Sie sehen, das Unternehmen geht also in eine ganz andere Richtung und wenn man diese Richtung nicht mitbekommt, dann missversteht man dieses Unternehmen. Das ist eben auch etwas, was typisch ist für philosophische Untersuchungen, dass sich eben schon in dem Verständnis der Frage sozusagen viele Dinge vorentscheiden, die Sie dann später gar nicht mehr merken. Deswegen lohnt es sich eben dieses Vorverständnis der Frage, insbesondere die impliziten oder expliziten Kontraste möglichst bewusst zu machen, dass man merkt, was passiert. Das versuche ich hier zu sagen, indem ich Ihnen sage, hier geht es immer um die Abgrenzung vom Alltagswissen, nicht von Pseudowissenschaft oder Metaphysik. So verstehe ich die Frage hier. Jetzt wenn Sie mich fragen würden, ja warum machen Sie das so, dann kann ich zunächst die Antwort geben, dass es die Diskussion dieses Abgrenzungskriteriums, die in der Philosophie mehrere Jahrzehnte, seit 1933, da hat es nicht so viel los gewesen, es ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv geworden, diese Diskussion, die ist ergebnislos verlaufen und sehr frustrierend. Die Wissenschaftsphilosophie ist nicht mit einer irgendwie einigermaßen einhellig akzeptierbaren Antwort gekommen, was die Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheidet. Das ist etwas, wo wir in Europa sagen, so wichtig ist es ja nicht. In Amerika ist das extrem wichtig, weil die Amerikaner sich in ihrem Schulsystem rumstreiten müssen mit den Kreationisten, also Leute, die jetzt aus meiner Perspektive religiöse Lehren als Wissenschaft maskieren, um dadurch in die öffentlichen Schulen reinzukommen und den Leuten, die können Sie nur loswerden, wenn Sie ein Kriterium dafür haben, was Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheidet. Es hat Prozesse gegeben, wo Philosophen auch gehört worden sind, das ist insgesamt also relativ eine schwierige Situation. Wenn ich in Amerika bin und Vorträge über dieses Thema halte, kommt immer die Frage danach, und wie steht es mit der Abgrenzung? Denn das ist ein Thema, das wirklich in Amerika auf den Fingern brennt. Ich habe gelesen irgendwo, dass auch das Europäische Parlament sich bereits mit Creation Science einmal beschäftigt hat. Ich wünsche uns also viel Vergnügen, falls sich daraus etwas entwickeln sollte, was uns mehr beschäftigt. So, jetzt, also das sind die ersten drei Sachen, Wissenschaftsbegriff größtmögliche Breite, aber fokussiert auf den Wissensaspekt, dann die Abgrenzung vom Alltagswissen, jetzt kommt die vierte Sache, die man auch missverstehen kann, wenn man die Frage hört, was ist Wissenschaft? Also, wenn man so eine Frage heißt, was ist X? Was man dann erwartet in unserer westlichen Tradition, ist, dass man irgendwie gesagt bekommt, was das Wesen der Wissenschaft ist oder die Natur der Wissenschaft. So haben wir das gelernt von Platon. So hat der Sokrates die Leute in die Pfanne gehauen. Der Sokrates hat gefragt, was ist Tugend? Und dann hat einer gesagt, ja, zum Beispiel Tapferkeit und zum Beispiel dieses und jenes. Der Sokrates hat gesagt, mein Lieber, es ist ja toll, dass du mir so viele Antworten nimmst. Ich will aber nur eine. Ich möchte nämlich wissen, was ist Tugend? Was ist das Wesen der Tugend, die Natur der Tugend? Und was er wollte? Er wollte den Logos der Tugend haben. Das bedeutet, das ist auch für heutige Ohren sozusagen die Definition. Du musst mir das Wesen der Tugend erklären. Und wenn du das nicht erklären kannst, gibst du mir einfach keine Antwort. So haben wir gelernt, diese Frage, was ist X, zu verstehen. Das ist aber nicht das einzig mögliche Verständnis. Wenn Sie sich nur mal vorstellen, jetzt Sie erzählen, jetzt wie soll ich sagen, irgendeinem jungen Neffen oder einem Enkel oder einer Enkelin, die dann fragt, ja, sag mal Oma, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Ja, dann erwartet dieses Kind natürlich nicht unbedingt eine Definition des Wesens der Wissenschaft, sondern eine Erläuterung, die man verstehen kann. Da sind also keine Voraussetzungen, dass es sowas wie das Wesen der Wissenschaft oder die Natur der Wissenschaft gibt. Man kann dieser Voraussetzung gegenüber sehr, sehr skeptisch sein. Ich bin ja auch skeptisch gegenüber, spielt aber keine Rolle. Ich will hier nur sagen, wenn ich die Frage stelle, will ich die Voraussetzung, dass es ein Wesen der Wissenschaft gibt, nicht machen. Es mag ja schön sein, wenn sich herausstellt, dass es eines gibt, ist ja gut, ich habe gar nichts dagegen. Ich will nur sagen, ich mache die Voraussetzungen, ich sage also nicht, wenn ich keine Antwort kriege, die mir das Wesen der Wissenschaft erläutert, dann laufe ich frustriert davon. Nein, das ist einfach eine Verengung, sondern ich sage, lass uns mal gucken. So wie normale Leute darüber reden, die nicht verbildet sind durch das ganze wunderbare Abendland und dann meinen, so eine Was-Ist-Frage muss man gleich so beantworten. Die sind ja ganz vernünftig, wenn sie mit ihren Enkeln oder sonstigen normalen Menschen reden, aber sobald sie akademisch reden, meinen sie, das Wesen muss jetzt kommen. Nein, könnte ja sein, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich bin da ganz unbelastet. Also, die Voraussetzung will ich nicht machen, man muss sich natürlich dann Gedanken machen, wenn man die Antworten gibt, ob man dann mit etwas anderem als dem Wesen, ob man da zufrieden ist oder nicht, ob das legitim ist, so eine Antwort zu geben. Man muss also sich schon Gedanken machen dann darüber, wie die Antwort aussieht, nur sollte man das oder sollte man das, ich kann es niemand anders sagen, ich lehne es jedenfalls ab, sowas bereits in die Frage reinzupacken. Das muss man später diskutieren, halten wir die Frage erstmal offen und dann schauen wir mal, was passiert und dann sehen wir mal, ob wir zu irgendwas kommen und dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir damit zufrieden sind, wozu wir kommen, aber nicht schon vorentscheiden in der Frage, wie die Antwort aussehen muss, sondern das bedürfte einer eigenen Diskussion, wie die Antwort aussehen muss und auf diese Diskussion werde ich mich einlassen, verstehe die Frage aber noch nicht so. Und schließlich, das ist auch eine Sache, wo wir auch von vielen Vorurteilen immer wieder belastet sind, auch typischerweise durch die Geschichte der Philosophie und den Wissenschaften, was wir erwarten, wenn wir so eine Frage stellen, was ist X oder so, dass wir dann eine Sache kriegen, die scharfe Grenzen hat, die scharf abgegrenzt ist. Und wir würden sagen, wenn eine Antwort dann irgendwie unscharf ist, sagen wir, das ist eine schlechte Antwort, die ist unscharf, ich möchte doch eine scharfe Antwort haben. Nun hier ist es so, dass das Bedürfnis nach einer scharfen Antwort, das kann man durchaus verstehen, aufgrund der Geschichte des Abendlandes, das scheint mir aber hier wirklich eine falsche Antwort, eine falsche Erwartung zu sein, der Sache nach, und zwar einfach deswegen, weil der Gegenstand Wissenschaft tatsächlich in bestimmten Stellen schlicht keine scharfen Grenzen hat. Die Sache selber ist unscharf, sodass eine Antwort selbstverständlich die in der Sache liegenden Unschärfen wiedergeben muss und nicht dort eine Genauigkeit vorspiegeln, die in der Sache gar nicht liegt. Ich würde Ihnen ein anderes Beispiel sagen, was ich immer wieder gerne verwende, wenn Leute sagen, aber du musst doch da eine scharfe Definition geben, wenn sich jemand fragt, was ist eigentlich rot? Ja, rot, ja klar, die kennen die Farbe, aber die hat nun bei Gott keine scharfen Grenzen. Es gibt dann einen Übergang, wenn Sie einen Regenbogen nehmen, dann geht das einfach da ins Geld über und beim anderen geht einfach über, aber Sie können die typischen Rotfälle, können Sie natürlich, wenn ich hier einen roten Pullover sehe, dann weiß ich, was ein roter Pullover ist, dann können Sie mir natürlich irgendeinen Pullover zeigen, wo ich dann sage, mein Gott, ist das rot oder ist es nicht rot? Keine Ahnung, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht wüsste, was rot ist. Selbstverständlich weiß ich, was rot ist. Ja, und ich kann es also in vielen Fällen, in den allermeisten problemstlos verwenden. Dennoch hat der Begriff unscharfe Grenzen. Wenn jetzt also jemand sagt, ich kann eine Definition von rot geben und die hat ganz scharfe Grenzen, dann muss ich sagen, ja Moment einmal, die trifft aber nicht meinen Begriff von rot. Die ist was anderes. Das ist ein Artefakt, was du mir dann erzählst. Es mag ja nützlich sein, das Artefakt, für irgendwelche Zwecke. Ich weiß nicht, wenn du Farben sortieren willst in Koffer oder in Schränke. Das mag ja nützlich sein, aber es trifft nicht die Sache so, wie ich sie kenne. Das macht was anderes. Und hier ist es so, dass ich, wenn ich über die jedenfalls real existierende Wissenschaft spreche, es so ähnlich wie bei Rot bestimmte unscharfe Grenzen gibt und die kann ich Ihnen sehr einfach sagen. Es gibt zum Beispiel Tätigkeiten, wissenschaftliche Tätigkeiten der Forschung, die können Sie, wenn Sie nur die Tätigkeit anschauen, nicht von der Anwendung von Wissenschaft zu praktischen Zwecken unterscheiden. Also wenn Sie nur zuschauen, was die Leute machen, können Sie nicht sagen, ob das ein Teil von Wissenschaft ist oder ob es ein Teil von Anwendung von Wissenschaft ist. Und das sehen Sie bei Medikamenten. Stellen Sie sich mal vor, Sie schauen zu, wenn in der Phase 4 der Medikamentenentwicklung der klinische Versuch mit irgendeinem Medikament gemacht wird. Also das ist typischerweise dann doppelblind und blablabla, muss uns nicht interessieren. Also was passiert, Sie wollen einfach wissen, Sie haben eine neue Pille und Sie wollen wissen, ob die wirkt mit der Dosierung und so weiter. So, was passiert, dann wird ein wissenschaftliches Experiment gemacht und dann geht der Arzt also ans Krankenbett zu den Leuten und gibt denen die Pille und schaut dann und wird einfach zugeschaut, nützt was oder nützt nichts oder im Vergleich zu anderen. Ich vereinfache etwas. So, wenn Sie das vergleichen, nehmen wir mal an, der Test ist erfolgreich und fünf Jahre oder zehn Jahre später ist das Medikament zugelassen, was macht der Arzt dann? Der macht genau das Gleiche. Der nimmt die Pille, geht ans Bett zum Patienten, gibt ihm das und der schluckt das und der Patient wird auch gesund. Der Vorgang ist absolut der gleiche. Ja, also alles vereinfacht jetzt. Ist völlig der gleiche. Dennoch ist das eine ein Teil eines wissenschaftlichen Experimentes und das andere ist eine Tätigkeit, wo Sie wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse umsetzen für die Behandlung von Kranken. Sie können also, wenn Sie nur die Tätigkeit anschauen, ohne zu wissen, was sich die Leute dabei denken, die wissenschaftliche Tätigkeit in diesem speziellen Fall nicht unterscheiden von einer Anwendungstätigkeit, die mit Wissenschaft selber nichts mehr zu tun hat. Es interessiert niemanden mehr in der Pharmabranche dann, wenn der, also abgesehen von den Profiten, interessiert es niemanden mehr, was dort eigentlich vorgeht. Die Person wird dann gesund, hoffentlich und alles, aber das ist kein Teil der Wissenschaft mehr. Also es gibt Fälle, wo man sich zunächst mal klar sein muss, dass die Tätigkeitsbeschreibungen selber in beiden Fällen identisch sind. Obwohl das eine zur Wissenschaft dazugehört und das andere nicht. Die Frage, die Sie natürlich sofort stellen können, ist, wieso gehört das eine zur Wissenschaft und das andere nicht? Das ist nicht mein Punkt hier. Hier ist lediglich mein Punkt, es sind nicht überall scharfe Abgrenzungen zu erwarten. Bezüglich dieser Tätigkeiten darf es nicht sein, dass Sie irgendein Kriterium haben, das auf der Tätigkeitsebene einen Unterschied herstellt, denn den gibt es nicht, real. Also, viel spannender ist aber der folgende Bereich, das ist der Bereich, den manche von Ihnen, ich kenne ja von den Älteren und dann auch die Vorgeschichten, wenn Sie unterscheiden, was zwischen Forschung und Entwicklung passiert. Also immer wieder ein Dauerthema, also spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Frage von Forschung und Entwicklung in allen hochindustrialisierten Ländern ein großes Thema. Thema, also bei Forschung, also die großen Firmen, das nimmt heute etwas ab, aber die großen Firmen im Bereich, also in verschiedenen Bereichen, Herstellung von irgendwelchen Gütern, haben sowohl Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Und der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, in den Forschungsabteilungen wird wirklich irgendwie eine Art wissenschaftliche Forschung getrieben und diese wissenschaftliche Forschung, die wird dann auch publiziert in entsprechenden wissenschaftlichen Journals und es gibt aber auch Entwicklungen, wo Produkte entwickelt werden, die für den Markt entwickelt werden und die Frage ist, was ist eigentlich der Unterschied hier? Für die Firmen ist immer die Frage, wie viel, was ist der Mix? Also ich habe irgendwie ein Budget, 10 Prozent dann, was man vom Gewinn hat, wird einfach in F und E gesteckt und dann müssen die sich untereinander streiten, wie viel kommt in die Grundlagenforschung, wie viel kommt in die Entwicklung und was man weltweit beobachtet in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren, ist, dass der Forschungsanteil bei den großen Firmen runtergefahren wird zugunsten des Entwicklungsfors, Anteils, das hat bestimmte Gründe, die uns hier nicht interessieren. Was mich interessiert ist, wie ist es denn mit der Abgrenzung von Forschung und Entwicklung? Und was man dort sieht, ist, dass diese Abgrenzung im ersten Moment, wenn Sie also zu IBM schauen, also IBM in Zürich hat ein Forschungslabor, wir haben immer noch ein Forschungslabor, da sind in den 90er Jahren zwei Nobelpreise gefallen, für das Raster-Elektronen-Mikroskop war der eine und das andere war Tieftemperatur, Supraleitung, und das waren ganz klare wissenschaftliche Dinge, die mit Produktentwicklung ganz am Rande nur zu tun hatten, die haben sich auch sozusagen ihre Zeit da so zusammengeholt, um diese Sachen zu machen, das ist ganz klar unterschieden, das ist Forschung, versus, wenn Sie anschauen, ich weiß nicht, wie die Firma Siemens, was für Anstrengungen, die gemacht hat, viele andere Firmen auch, bei der Entwicklung von Chips, also von Computerchips, wo Sie die Kapazität erhöhen wollen, da gibt es ja so eine Formel, alle eineinhalb Jahre ist die Kapazität von den Chips verdoppelt und gleichzeitig ist das physische Volumen von den Dingern immer viel kleiner geworden, haben Sie ein ganz klares Ziel, da wird einfach entwickelt, da sind die verschiedenen Chip-Produzenten in Konkurrenz, wer stellt den besten Chip am billigsten her, da gibt es keine Nobelpreise dafür, da macht man einfach neue Technologien und verbessert einfach dieses Zeug, die Geschwindigkeit und so weiter und Energieverbrauch, was man da alles optimieren muss. So, also das sieht so aus, als ob es hier ganz klare Grenztrennungen gibt zwischen dem, was Entwicklung ist, nämlich von marktfähigen Produkten versus Forschung, die sich dann ganz später vielleicht mal irgendwie in irgendwelchen Produkten niederschlägt. Nun, es ist aber so, dass der Unterschied gar nicht so klar ist in manchen Fällen und ich gebe Ihnen drei Beispiele. Das erste ist Fusionsforschung. Also Fusionsforschung ist gemeint, die Kernfusion, das ist etwas, was bereits in den 50er Jahren begonnen worden ist, wahrscheinlich schon in den 40er Jahren, das gesagt worden ist, wir können zur Energiegewinnung aus den Atomkernen können wir nicht nur die Fischen, also die Energiespaltung benutzen, die Energie freisetzt, sondern wir können auch die Fusion benutzen, das liegt daran, an bestimmten physikalischen Eigenschaften von den Kernen. Also die großen Kerne geben Energie frei, wenn man sie spaltet und wenn man zwei kleine Kerne fusioniert, dann kriegt man ebenfalls Energie. Und die Fusionsforschung war das Projekt, damals, also in den 50er Jahren, extrem vollmundig verkündet. Wir machen das nach, was die Sonne macht. Also die Sonne produziert ihre Energie auch so, die fusioniert hauptsächlich Wasserstoff zu schwereren Elementen und da wird einfach Energie frei und wir machen das einfach nach, indem wir dann Wasserstoff oder kleine Abkömmlinge davon fusionieren und wir bauen einfach dann den Fusionsreaktor. Und was konstant geblieben ist bei dieser Sache seit den 50er Jahren, dass immer gesagt wird, in 20 Jahren sind wir dann soweit. Ja, das hat man in den 50er Jahren schon gesagt, sagt man heute auch wieder, in 20 Jahren sind wir dann soweit. Das hat sich nämlich herausgestellt, sehr früh dann in den 50er Jahren, man muss diese Gase dann eben auch ziemlich heiß machen, in der Sonne ist sie auch relativ heiß, damit die Fusion wirklich stattfindet und das sogenannte Plasma, das dabei entsteht, da hat man überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Es ist dann in den 50er Jahren eine neue physikalische Teildisziplin entstanden, die Plasmaforschung. Das ist entstanden aus einem Projekt, was zunächst wirklich ein reines Entwicklungsprojekt war, nämlich Bau diesen verdammten Fusionsreaktor. Daraus hat sich eine neue Grundlagendisziplin der Physik entwickelt und das Spiel jetzt zwischen der, was jetzt heutzutage passiert, der Reaktor heißt ITER, da finden Sie Webpages, wo Sie nachschauen können, das ist ein gewaltiges Projekt, wo dieser Tokamak, das ist so ein spezieller Ring, gebaut wird, wo man also an dem Fusionsreaktor, also gebaut wird, an dem Fusionsreaktor arbeitet und dort ist es so, dass Sie bei den Tätigkeiten, die dort stattfinden, nicht wirklich unterscheiden können, was ist jetzt ein Entwicklungsschritt und was ist ein Grundlagenforschungsschritt. Das kriegen Sie einfach nicht hin. Es gibt manche Sachen, wo es dann wieder klar ist, wo Sie einen Mathematiker dann hinhocken, der dann irgendwas ausrechnet, der sofort in N-Dimensionen verallgemeinert und dann irgendwas daraus macht, was die anderen gar nicht mehr interessiert. Also manche Sachen schon, aber an manchen Sachen ist es ganz unklar und ich gebe Ihnen noch zwei Beispiele, die sind jetzt etwas exotischer. Das eine ist Earthquake Engineering. Da dürfen Sie jetzt nicht missverstehen, Earthquake Engineering ist nicht das ingenieurmäßige Herstellen von Erdbeben. Das wird ja meinen, oder? Ansonsten wird es ja sonst gebildet. Sondern Earthquake Engineering sind die ingenieurwissenschaftlichen Tätigkeiten, um Earthquake-resistant structures zu bauen, also Gebäude, die erdbebensicher sind oder erdbebenresistent. Das ist etwas, was in verschiedenen Universitäten auf der ganzen Welt gemacht wird, selbstverständlich in Japan. Da gibt es riesige Projekte. Und wenn Sie dort anschauen, was zum Beispiel dort passiert, dann gibt es eine reine Forschungsabteilung, die sich überlegt, was für eine Struktur erdbebenresistente Gebilde haben müssen. Also wie muss ich die bauen? Da mache ich ein Stahlgerüst und dann überlege ich mir einfach, was für Erdbewegungen kommen da, vertikale und horizontale, was ist das Maximale, was ich berücksichtigen muss. Wie muss dann die Struktur sein von diesen Stahlträgern, nehmen wir an, es sind Stahlträger, von einem zwölfstöckigen Gebäude, damit mir das nicht zusammenkracht. So, das ist wirklich ingenieurwissenschaftliches Entwerfen hier, dass man sich überlegt, wie das aussieht. Da brauchen Sie eben den Statiker und den Dynamiker, die Ihnen dann sagen, ob dieses Ding stabil ist. Jetzt passiert Folgendes, und das ist ein realer Fall aus Japan. jetzt hat man gesagt, ja, wir müssen natürlich auch ein großes Experiment machen hier, und dann hat man also so eine Struktur, also so ein Design von so einem Gebäude überlegt, und dann hat eine Bank ein großes Gebäude bauen wollen, und das hat man dann gebaut, mit dieser Struktur, das ist ein zwölfstöckiges Bankgebäude, das aber gleichzeitig ein wissenschaftliches Experiment ist. Das ist nämlich vollgepackt mit Sonden, die alles Mögliche messen. Also das ist auf der einen Seite jetzt die Entwicklung eines Produktes, nämlich eines Bankgebäudes mit zwölf Stockwerken, und das ist zugleich aber Grundlagenforschung. Sie können die Unterscheidung nicht machen an diesem Fall. Es geht einfach nicht, weil das ist einfach ein fließender Übergang. So, und wenn Sie nachdenken darüber, was ist Wissenschaft, dann muss dieses Fließende an diesem Beispiel auch drin sein. Das darf nicht sein, dass Sie dann willkürlich irgendwelche Tätigkeiten als Forschung und andere als Entwicklung klassifizieren, wenn in der Sache der Unterschied nicht da ist. Das ist dasselbe wie mit dem Rot und Gelb. Das ist einfach offen und eine gute Theorie der Farben muss die Offenheit, das Übergehen in das Gelbe, ermöglichen. Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, das ist vielleicht noch weiter weg, das ist Chocolate Science. Das wussten Sie vermutlich gar nicht, dass es das gibt. Es gibt ein Buch, das ist The Science of Chocolates, 2000 erschienen, von der Royal Society of Chemistry. Das sind also nicht irgendwelche komischen Amateure, sondern es gibt wirklich eine Wissenschaft, eine Schokoladenwissenschaft, das wird von verschiedenen Leuten gemacht. In Ingenieurwissenschaften sind es die Verfahrenstechniker auf der einen Seite und die Lebensmittelwissenschaftler auf der anderen Seite. Und es gibt dort eine Grundlagenforschung und es gibt eine Entwicklung. Und die finden Sie, die Grundlagenforschung, an den Universitäten, finden Sie aber auch bei den großen Schokoladenherstellern. Ich bin also auf die Webpages gegangen von Lind und Sprüngli und von Kalle Baut und habe mir das angesehen. Und es gibt also Grundlagenfragen, Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfragen, insbesondere bei der Herstellung von Schokolade, weil Schokolade ein chemisch extrem komplexes Gebilde ist, wo Sie extrem verschiedene Anforderungen haben an das Produkt. Also das Produkt soll, wenn Sie es in den Mund nehmen, bei 37 Grad, mit ein bisschen Feuchtigkeit, soll das dann schön fließen und so. Es soll aber, wenn Sie es auf die Hand legen, ebenfalls bei 37 Grad, soll es glänzend bleiben. Und das ist gar nicht so einfach. Und soll Zucker drin sein und Fett und soll noch gut schmecken und, 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 und. Also es ist ein extrem komplexes Produkt, was auch in der Herstellung extrem schwierige Fragen aufwirft. Also wie Sie die verschiedenen Komponenten dann im großtechnischen Maßstab also herstellen. Lind und Sprüngli hat, glaube ich, über Ostern, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, 18 Millionen Osterhasen hergestellt. Ja, in gleichbleibender Qualität. Ja, das müssen Sie erst mal hinbekommen. Da müssen Sie die Prozesse schon irgendwie hinbekommen. So, und jetzt ist bei diesen Dingen, also jetzt bei dieser Schokoladeherstellung, gibt es also ganz klar eine ingenieurwissenschaftliche Grundlagenforschung. Sie haben also ein Verfahren und dann kommen die Verfahrenstechniker und sagen so, wir wissen, wie man das Scaling-up macht. Also Sie können das herstellen, macht einer im Labor, macht 100 Gramm Schokolade, interessiert natürlich niemanden. Sie müssen eine Maschine haben, ja Sie tausend Tonnen von dem Zeug herstellen können. Das nennt man Scaling-up, machen die Verfahrenstechniker und dort gibt es selbstverständlich eine Grundlagenforschung, die dann sich überhaupt nicht interessiert um Lindt oder Kalle baut, sondern das ist eine Grundlagenforschung, wie es in vielen anderen Bereichen auch eine ingenieurwissenschaftliche Grundlagenforschung gibt. Dann gibt es aber selbstverständlich auch die Entwicklung von neuen Produkten. Es werden immer wieder neue Schokoladen kreiert. Können Sie nachschauen, wenn Sie auf diese Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gehen, die erzählen Ihnen natürlich nicht alles über die neuen Produkte, aber ein bisschen kann man dort jedenfalls sehen. Und jetzt ist es so, dass Sie hier bei den Tätigkeiten, die bei diesen großen Firmen in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ablaufen, Sie können einfach nicht immer unterscheiden, was Produktentwicklung ist und was Grundlagenforschung ist. Sie können also die Ingenieurwissenschaften, die es gibt, nicht wirklich klar unterscheiden von den Anwendungen. Und es ist völlig klar, dass ein Begriff von Wissenschaft oder eine Konzeption von Wissenschaft dieser Unschärfe Rechnung tragen muss. Das ist eine reale Unschärfe im realen Leben und eine gute Theorie der Wissenschaften muss in der Lage sein, diese Art von Unschärfe zu reproduzieren. Also das ist etwas, was wir normalerweise viel zu wenig auf dem Schirm haben. Also Ingenieure haben das vielleicht auf dem Schirm, die einfach in ihrer Firma sowas kennen. Sie wissen, ja, Forschung und Entwicklung, meine Güte, der eine macht halt nur Entwicklung, aber es gibt dann Übergangszeug und das ist sozusagen ein alter Hut, aber in der Öffentlichkeit ist das ja nahezu überhaupt nicht bekannt, sondern da weiß man, ja, Forschung und Entwicklung kostet viel Geld, was ist Return on Investment? Also, hier gibt es jedenfalls diese eben unscharfen Abgrenzungen, diese Übergangsphänomene und eine gute Theorie der Wissenschaft muss diese Übergangsphänomene reproduzieren können. Das gehört mit dazu. So, und das ist eigentlich jetzt ganz gut. Wir sehen jetzt also, dass die Frage ein Stück weit geklärt worden ist, also was die Anforderungen sind, was man von der Frage erwartet, was man nicht von der Frage erwartet, was die Abgrenzung ist und damit Sie nicht ganz mit leeren Händen nach Hause gehen, werde ich Ihnen noch die These sagen, die jetzt dann die ganze weitere Vorlesung präsent, die in der Vorlesung präsent sein wird und die These lautet eben, wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich von anderen Wissensarten, besonders dem Alltagswissen, primär durch seinen höheren Grad an Systematizität. Das ist die ganze These, die wird mich die nächsten zehn Doppelstunden beschäftigen, da steckt etwas mehr drin, als man auf den ersten Augenblick sieht und das könnte Ihnen Stoff zum Denken und Nachdenken geben, bis ich Sie nächste Woche wiedersehe. Vielen Dank. Vielen Dank.